hallo grüß euch ja bei uns meldet sich der frühling langsam wobei der winter schlägt zurück den nächsten tagen das heißt so ganz ist noch nicht vorbei aber heute ist ein schöner tag 15 grad oder so in die richtung und ja es ist einfach herrlich also zeit draußen genießen weil ich glaube die restliche woche oder übermorgen jetzt richtig richtig kalt wobei wenn man sich vom wetter abhängig macht hat man grundsätzlich ein problem weil soweit ich informiert bin haben wir jetzt wenig einfluss darauf also von dem her das heißt wie stelle ich mich ein zum gewinnen oder verlieren also wie sobald die abhängig vom wetter bin dann kann man eigentlich nur verlieren und mir ist in den letzten tagen was aufgefallen und zwar bei uns stehen die wahlen ja und das ist ein heißes thema politik da muss man echt auf aufpassen was man sagt und überall hängen jetzt langsam plakate bei uns also es finden bürgermeisterwahlen statt und ja da habe ich gedacht das ist doch eine perfekte möglichkeit über politik was zu sagen oder was ich über politik denke nur kurz vorab also es ist nur meine persönliche meinung und ich will da niemand irgendwie in irgendeine ecke stellen oder irgendjemand beleidigen oder wenn jemand sich für politik engagiert oder nicht egal auf welcher seite er steht oder nicht steht das ist mir ziemlich egal es gibt nur meine meinung was ich darüber denke und ja ich bin da ziemlich entspannt da soll jeder tun was er will aber ich finde ich denke allgemein ich glaube wir können weniger wählen wie es uns weiß gemacht wird also in der also großen politik sowieso die parlamentswahlen oder wenn man das parlament in dem land welt ist in meinen augen nur man wählt eigentlich nur die farbe des zauns in der man sich bewegen darf das heißt ja einmal schalt rot dann ist schwarz oder jetzt turkis hier in österreich oder blau oder ich glaube dass das mal nur der zaun auswählen der zaun bleibt immer der gleiche normale bürger da man keine direkte demokratie haben sondern repräsentative demokratie kann man eigentlich leute wählen in der parlament wir denken die die tun irgendwas was sie versprochen haben und wenn man sich dann genau anschaut was sie dann abgestimmt haben wie sei ich in der regel selten selten das was was sie versprochen haben vor der wahl die ganzen wahl versprechen da geht es einfach nur darum dass die stimmen kriegen ich meine das noch immer nicht also wenn wer das nicht kapiert dann dann tut es mir leid also ich glaube dass bei der also parlamentswahlen speziell und sowieso bei der wahl also sowieso lächerlich also da können wir eigentlich genau gar nichts bestimmen nur wie der zaun rund um rund um uns ist und allgemein überhaupt wenn man in der partei ist zum beispiel egal welche wurscht welche man hernimmt es kann doch nicht sein dass die ganze partei genau gleich abstimmt allein wenn man das das beispiel hernimmt oberster gerichtshof egal zum beispiel in amerika die richter sind sich in den seltensten fällen sind sie einer meinung obwohl das gesetz klar ist alles klar aber selten sind sich alle richter die intelligentesten personen im land sollten sein im obersten gericht hofft die richter die die können nicht einmal eine meinung sein und dann will man mir weismachen dass eine partei keine ahnung 200 leute oder parlament sitzen 100 leute für eine partei drin und die stimmen alle gleich ab diesen alle gleicher meinung also schwachsinn unmöglich also und ich sage jetzt nicht dass ihr bessere lösung aber repräsentative demokratie funktioniert nicht so wie wir das denken und was ein großer witz ist sowieso für mich in meinen augen ist diese ja dass die politiker eine also immunität besitzen die können entscheiden was sie wollen und werden nie zur rechenschaft gezogen außer sie scheiden dann irgendwann vor der politik aus und haben die immunität nachher nicht mehr aber im grunde solange einer im parlament sitzt und irgendwie politiker ist regierung sitzt oder was auch immer kann im grunde entscheiden was er will was er davor versprochen hat spielt keine rolle und ja es ist sowieso interessant dass politiker gerne jobs in firmen kriegen und so das ist die rolling door politik quasi wechselt von der politik in irgendeine firma wo zufällig während einer periode wo du in der regierung warst du irgendwas entschieden hast für diese firma was für ein zufall und nach dem ausscheiden aus der regierung und aus dem parlament was auch immer ja bestand dabei gestartet halt irgendeinen aufsichtsrat oder so gemütlich super system für die leute passt immer ich weiß sie leben auch haben gewissen standard ansprüche wollen das natürlich halten aber für die normale bevölkerung bringt glaube nicht so viel ja es ist sowieso lustig die politiker wechseln einfach nur die sitze wenn man das mal beobachtet einmal sitzen sie auf dieser seite dann sitzen sie hier wechseln sie die sitze einmal sind sie regierungsbank position dann spielen sie ein bisschen ipad oder am handy telefonieren lachen ein bisschen wenn der andere was sagt also ich glaube dass hinter die kulissen sind super buddies und eigentlich diese wahlen brot und spiele die bevölkerung soll ein bisschen beschäftigt sein wählen überhaupt der gedanke dass wir eine wahl abgeben ein zettel in der urne hauen denn vier jahre lang nichts mehr tun sondern die verantwortung abgeben an andere leute ist ein totaler schwachsinn ich finde wir sind verantwortlich für unser leben und in meinen augen die größte wahl die du hast oder jeder ist zum beispiel was kauft der wo kauft der ein wenn unterstützt er wie verhaltet er sich gegenüber anderen menschen ja solche sachen das ist viel wichtiger wie eine wahl ja also noch mal ich sage nicht dass sie die perfekte lösung kennen aber gibt es intelligentere leute wie mich aber momentan so wie das läuft hier in mitteleuropa außer als die schweiz ist ein bisschen anders repräsentative demokratie mit immunität von politikern bringt nichts die wechsel einfach nur die sitze stimmen also entscheiden irgendwas wo sie eh nie haften müssen dafür und that's it also in meinen augen funktioniert das nicht ganz natürlich anders in einem kleinen dorf wo man bürgermeister wählt und es sind 200 300 bewohner weil den bürgermeister kennt man den kammer zur rechtenschaft ziehen den sieht man jeden tag irgendwie am spazieren am gehsteig oder irgendwie und der muss sich natürlich die fragen der stellen der politiker erden denn der bürger wie es auch so entschieden hat gesagt du machst das aber auch hier glaube ich jetzt speziell wenn man es uns her nimmt also pregens ist natürlich ein bisschen anders weil kleiner staat klar man sieht die bürgerweisterkandidaten auf der straße immer wieder und die können natürlich die besten vorhaben besitzen zum beispiel aber ich glaube auch hier müssen sie mit so viel gegenwind nach rechnen wenn sie im amt sind gegen so viele leute sich durchsetzen oder so viele zustimmungen erhalten von anderen leuten dass es glaube schwierig ist dass sie ihre vorhaben wenn es wirklich ernst gemeint ist oder ehrlich gemeint ist dass sie die durchsetzen können also das irgendwie steht das irgendwie stehen wir da an habe ich das gefühl das heißt ich finde bei seiner wahl wie jetzt bei uns kann man nur wählen bei einem sympathisch ein bisschen und wer die stadt halt repräsentieren soll aber ich glaube wirklich entscheiden tun schon die wo die 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 kohle haben einfach und die großen firmen weil du musst ja mit denen irgendwie auch auskommen die werden dann sagen arbeitsplätze und so also ja ich glaube schon dass viele politiker viel war machen wollen verändern wollen wahrscheinlich auch frustriert sind wenn sie nachher merken hoppala ich kann eigentlich gar nicht viel tun und irgendwann natürlich sie verdienen dieses geld was sie verdienen passt und dann haben sie einen gewissen standard können natürlich nicht zurückschrauben das ist schwierig und ich verstehe nachher denn wenn sie bei dem spiel denn irgendwie mitspielen sind ja auch nur menschen aber lasst euch doch nicht für blöd verkaufen das ist doch ein totaler joke dass wir meinen wenn jetzt fb ist alles super oder spb oder fb oder wer auch immer die wechseln und die sitze lachen und sie im grunde glaube ich im hintergrund nicht aus aber sie lachen darüber sie schmunzeln brot und spiele gibt es einen spruch aber mutter theresa hat einmal gesagt einer hat zu mutter theresa hingegangen und gefragt was können wir machen das war ein berühmter politiker aber ich weiß den namen nicht mehr was können wir machen für ein weltfrieden und dass das mehr frieden herrscht auf der welt und alles mutter theresa gesagt geh nach hause und liebe deine frau und deine kinder das können wir tun das können wir können unsere menschen rund um uns gut behandeln lieben und respektieren akzeptieren wie sie sind und unser kaufverhalten und unser konsumverhalten können wir uns natürlich auch ausdrücken aber ich glaube nicht dass wenn wir eine wahl treffen meinen das nachher geben wir es ab und dann sind wir nicht mehr verantwortlich für gar nichts für alles was passiert in unserem leben das schöne ist wenn man es natürlich abgibt diese stimme und dann denkt okay der ist jetzt verantwortlich oder sie ist jetzt verantwortlich dann ist man auch nicht mehr schuld dann kann man natürlich sagen hey du bist schuld du hast das versprochen und ich kann gar nichts für mein leben also ja wahl ich sag immer dass ich nie wähle also ich gehe nicht wählen ich gehe ungern wählen weil ich finde wir haben nicht wirklich eine wahl die farbe des zauns kann ich mir selber anmalen wenn ich einen zaun habe da brauche ich keine wahl bei der bürgerwahl ist die wahl ja repräsentativ ein bisschen vielleicht aber wobei wie gesagt ich sage nicht dass sie die beste also irgendeine lösung kennen aber ich denke gemeinsam könnte man sich eine lösung finden für besseres system da gibt es intelligente menschen die über das nachdenken und ja soviel zur politik meine ansicht ist wobei nochmal will niemand zu nahe treten ich bin sicher dass ganz viele politiker wo da starten also ja ganz kurz akku aus entschuldige auf jeden fall falls jemand zu nahe getreten entschuldigung aber ich glaube dass viele politiker ehrenwert sind und starten mit vielen vorhaben aber sie dann merken dass gar nicht so viel geht und einige geben auf machen dann was anderes und viele finden sich damit ab und leben halt das ganze leben damit und ja ist halt so alles gute ich wünsche euch einen wunderschönen tag all the best